Bei allen Smooth, die vor März 2020 produziert wurden, funktioniert der Pairing-Prozess wie folgt. Um eine Bedieneinheit mit der Antriebseinheit zu verbinden, muss ich die Abdeckung an der Bedieneinheit hinten lösen, einschalten, drei Sekunden lang die Pairing-Taste eindrücken. Bedieneinheit ist jetzt in Pairing-Mode. Und Antriebseinheit einschalten und die Bedieneinheit in der Nähe des Smooth One platzieren. Warten, bis beide Displays das gleiche anzeigen und mit An-Aus bestätigen.